Das ist die Limited Edition, das ist so ein quadratisches schwarzes Päckchen. Ja, mit so einem Gesicht, ne? Ne, ne, einfach schwarz. Ach, auf der Rückseite ist das Gesicht von beiden, ja. Entweder Frau oder die oder diese Mann. Drinnen ist eine Kassette. Oh, oldschool. Ja, so eine Hörspielkassette. Soll man das abspielen? Und die Hörspielkassette kann man so ausklappen wie so ein Schweizer Taschenmesser. Und da ist ein USB-Stick drin. Also so ein USB-Anschluss. Den kann man so rausklappen. Toll. Von welchem Spiel? The Last of Us. Hä? Was war das für ein Spiel? Apokalypse, Dusty's. Survival. Koop. Singleplayer, schätze ich mal. Ohne Koop, ohne mich. Das ist echt cool. So was wie Daisy, so was wie Daisy mit besserer Grafik und ein bisschen mehr Action, das müsste man mal zu vier oder zu fünf zocken. Das wäre doch geil. So geil. Alter. Da muss ich um mein Leben bangen. Das mir nicht einer von euch in den Rücken sticht. Ich schieße den Spinalor weg. Und das Bloodback Cloud. Und irgendwo verwundet zurücklässt. Nein, ich taser dich. Ich bin der Taser Gladiator. Medik, medik. Sieh jetzt rund. Na los, Campi. Campino Attacke. Ravage. Ich soll hier mal rein. Die haben eh Schiss von mir. Scheiß mach ich. Stimmt. Boah, das ist die Mahne, Alter. Du hast ihn fast zu... Ach, das ist Nunu, der den verscheucht hat. Fixer, ey. Der Grapp war einfach nur schlecht. Sie ist ein. Ja. Nein. Ich will den gerade auch so auf 1K schulern. Ja. Guck mal. Carry. Gehen soll ich vorhin, dass ich auf AD gehe. Ja. Nee, der hat gar keine Chance, glaube ich. Bei AD ist los, egal. Ist gelohnt, oh. So, den Grapp? Wieso kaufte ich überhaupt jemanden Pantheon Skin, ey? Brextcham. Damit der nicht nach Standardmäßigkeit aussieht. Ach, Pantheon. Ich habe noch den Geilen, den Perseus-Pantheon. Der wurde mir aber auch geschenkt. Den habe ich in der E-Mail von Riot bekommen. Weil ich mit irgendeinem Smurf-Account drei Monate nicht online war. Haben die geschrieben, ja, hier ist der Skin, wenn du zurückkommst. Hier wollte ich wischen. Oh, fuck. Oh. Ist nicht so cool. Nein, der hat mich gestahnt. Ich bin mir da hinten im Busch rum. Ja, immer noch. Die wissen das. Haben die dich? Könnt ihr mal ein bisschen pushen? Die haben mich verkackt gerade. Keine Stützung. Der Essen muss eigentlich da sein. Du musst aber noch voll viel leben. Ja, weil die denken, ich bin weiter vorne. Au. Jetzt muss ich aber hier weg. Hättest du nicht machen sollen. Ah. Ich fand's witzig. Alter, ist das eine Pisse, Mann, ey. Mein Ping ist gerade richtig beschissen. Ja, und da bin ich schon gerade bei 200. Ist das immer noch? Der Essryl ist ab, fuck. Ah. Wieso hängt da ein Minion zwischen, ey? Doch, mehr Kunde. Ey, muss ich Schaden die machen. Nein. Ich war ein Minion von ihm. Oh, Frau. Ich wäre so. Ich bin schade. Ich bin schade. Ja, nice. Zwei tot. Und du hast schade. Und du hast schade. mit dem Grabs bist du tot ey du hast kein Schild ja oh mein Gott heftig jetzt yo und lecker yo Was läuft hier falsch, hey, malet ihr auf, guck mal auf, oder was? Oh, er überlebt mit dem Schild, fickt euch doch, oh, ja, dann nehme ich den, ey, fuck you, dann stirbt der halt, oh, ich habe Minion, getroffen, ich leck so hart, das ist einfach nicht mehr feierlich, oh, nein, Ich glaube, ich muss ein bisschen tanky gehen, oh, nice Fick dich Ah, renn du Schlampe Du treibst nicht, jo Das ist so kacke, du klickst da vorne und dann drei Sekunden, kannst du nichts machen und dann bist du auf einmal tot, das ist so scheiße mit dem Ding Jetzt geht er runter, wo ich gerade tot bin, das ist immer der gleiche Mist Arrange traffic Jo, wie viel der Victor drückt, ey, heftig Ja, komm Ah, die Ende Jetzt die, die Büsche pilzen Nein, 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 nein diese Minden das hätte besser laufen können war nur die Füße auch für die ist mit dem Kumpel das ist es nicht mehr schnell schnell Schnell. 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 Oh. Oh oh. Oh wei, oh wei. Junge. Sick. Ich hab den in den Pilz gezogen, Mann. Und dann gesilenced. Sicher wir brauchen vorne mehr Pilze. Ja. Wir brauchen mehr Eier. Oh. Na egal, der ist tot. Andy hat äh... Alles dann... Boah, der Nunu drückt aber auch Schaden. Mhm. Nunu halt. Das ist der Eisball. So lange merke ich nicht, Topspiel ist ja gut. Hmhm. Pam. Steht ja wohl. Höh. Äh. Klar. Sonnenbrille. Nein. Oh, nicht. Okay. Okay. Das Spiel ist für mich ruiniert schon. Allein weil ich schon mit dem Hing und Rolf fückte war. Nichts. Nice. The place. Yeah, nice. The place. The place. Yeah, fuck. Nice. The place. Oh. Fuck, da war ein Minion zivischen. The place. Auch. Ulti in 5 Oh Gott, verdammt Ich bin dort Oh, krass Gott, Ulti, Alter, den Scheiß gesehen, ey Ich bin nach rechts, so Penner Michael, du Seeräuber Was? Was? Ich klär das Lol Yo, ich krieg Agro, fuck you Was erwartest du, wenn du den Pantheon killst? Der war doch aus der Range vom Turmler oder nicht? Ei, ei, ei Dieser Penner töte den Asria Warte ich schon Nein, die auch ein Kill Inhib, inhib, inhib Die Ult war heftig, ey Asria hat dieses Fuck-Item Den man meine Wards sehen kann, äh Pilze Aber nur mit dieser Corki, scheiße Sehr nice Aufgestößt, den holen wir uns Boah, wie viel Schaden der macht Soll ich einen grabben? Wenn du davor Sig sagst Nee, den treffe ich nicht Ich muss es danach sagen Sonst wird's ja peinlich Richtig peinlich Ich lege da auf Sollten wir das Item bannen Sip, shit Oh mein Gott, pandrion Asriel, auf Asriel Du bist alleine Ich hab keine Pilze mehr Nice Nee, das sind irgendwo Pilze Sind die geil auf Pilze oder was? Gehen aber nur ein Tower Der Pantheon macht aber dicken Schaden, oder mach ich das? Der ist tanky Der hat sich zwei Brutalisierung gekauft Also ein schwarzes Beil und ein Brutalisierung Das deckt auch gar nicht, oder? Ja, die kriegen zwei Heißt das bei euch schwarzes Beil auf Deutsch? Ja, aber siehst du Blackkrieber Ich weiß, schwarze sind krass, aber so krasset ihr auch nicht Ui, alle tot Sick Uh Besonders schnell beenden, ey Asriel ist ein bisschen faggot Der hat so komische Items gebaut Ja, weil der mich nicht mag Ja Guck mal, es klärt Du kannst lutschen Und wie damage ich mache Soll ich mir einen packen, oder was? Damage Klar Du weisel, ey Ein Pilz vor deinen Pilze Ja, mach mal Ja, ich pack den hin, wenn du einen gecrapt hast Achso Dann kannst du schon lange warten Jetzt Oh mein Gott Ja, Mann Ey, diese Doppelstunz Oh Hat leider nicht viel gemacht, aber hey Was ist das denn tot? Wir wurden zweimal hintereinander Erwischt Es sieht Scheiße aus Es sieht düster aus für uns, ja Gehnt euch die Pilze Geht mal auf die Tower Fick dich drauf Hahaha 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 Oh Wie uncool Wie, wie lang ist der Cooldown von den Items? Hahaha Ja, kriegt sogar beide Hahaha 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 Gigi Ja, los Schnell gegenpushen Er hat extra Attack Speed gebaut Lauft alle zu mir, läuft alle zu mir Hier möchte ich den Jetzt Wo gehen die ja Yo Dead Flash, ey Wir müssen jetzt poken Wenn, wenn Pantheon hier rein springt, ist es GG So, hier ist schon mal ein Drittel weg Oh mein Gott Auf Pantheon Hab ihn, hab ihn nicht Ich hab ihn doch Oh Danke Was vom Teufel Ja, Pantheon will springen Ich geh weg erstmal Oh nice Mach den linken Tower Hoch Jetzt den anderen Oh, der Tower steht noch Enhip ist da Achso Oh mein Gott Geh weg, geh weg, geh weg Haben die einen Lack, ey Springt Meinst du? Geht in die Büsche Ja gut, einer hat überlebt, der kann delfen Meinst du ich delfen? Du kennst du aber gerne, wa? Ich hab 1 in 1 machen Ja mach mal Wenn du verlierst, Pech Komm Bestimmt old Hat der nicht Los Der blufft nur Feite Penner Bitch Siehst du? Nein Ich geh mal genau zu der Seite hin Was macht ihr da? Mein Gott Was macht ihr da? Ändert mich Ja, ich bin nicht allein da, oder was? Nein, nein, nein Das war schlecht gerade Kommt doch her, Bitches Alter Der Asriel Hat Krass, der macht den ganzen Schaden Oh, lag, lag, lag! Okay, jetzt geht's Ich hab auch noch lag Idiot Ich fände ja genau rein, ey Go, 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 go Da ist Ben Auch noch so ein räuliger AP, pur Timo, ey Die größten Striche überhaupt Hehehe Den einen Hit könnte er jetzt wohl geben, hier Ah, ich hab ihn Der Eingang will springen oder wohin? Ah, 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 ah Oh, 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 ho, oh es ist verdammt Victor Liebner dafür haben wir den Inhibitor plus ein Tower also ah nein noch geht's müssen trotzdem mal einen Fight ganz gewinnen haben wir noch nicht einmal geschafft und das oder wir müssen einen halt früher töten Victor ist ja jetzt tot ach er will sich nicht töten lassen ja dann dann haben wir sogar noch ein leichteres Spiel deswegen bin ich ja auch einfach durch los deswegen bin ich voll tank ja außer jetzt der 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 Kelch den brauchte ich für die zum ersten mal bekomme ich den bau von Dings von nunu herrlich hab ich die ganze Zeit hab ich die ganze Zeit auf jeden Fall einfach draufhauen ich glaube wir kriegen ihn sogar dann auf den Nexus drei Hits zwei Hits ein Hits was wir haben überlebt ja wir haben neue Leute halt nur den Nexus angegriffen ja ihr habt nur euch draufgehauen fuck ey jetzt können wir auch das rummachen wollen Team heute die Gegner greifen sollen und gucken wir auf den Nexus wird's gewonnen Fokus ne alle auf mich geballert ja ich hab's gemerkt ich schon daneben war deswegen auch sofort tot hä 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 wieso wieso warten wir auf Minions lol ey hey geht's ey wenn wir jetzt kein Fight gewinnen ist vorbei mit uns dann wartet doch erst bis sie bei uns pushen und jetzt können wir die wir sind noch nicht alle da eigentlich brauchen wir doch nur reinlaufen wenn die uns nicht bleiben wenn die uns nicht kaputtkeiten da auch das sieht scheiße aus weg schulern, weg, weg, weg obwohl das war doch ziemlich nice nein, schulern jo, das war's warten sollen, ich war nicht mehr da da kriegen die auch nicht gepäuscht du musst gleich da meinst du? wird eng verdammt eng wollen wir Attack Speed ich muss halt diese Pop-Tower im Ara und die halten ja nix aus immer nur zwei Tage, beinhalb geliebt fuck ey, komm mach doch ab, du Penner so, von denen waren wir mega dumm jetzt können wir nämlich einfach das Game beenden jetzt sofort nach dem ersten bevor der Inhibitor hochkommt, schnell schon ein Lauf ja, ich kann da bis jetzt schon wieder der Hälfte leben Fittig. Tötet die doch, warum töntet die die nicht? Mach das Ding kaputt. Ach, das ist kaputt. Oriana, hau drauf. Oh, die hat halt schon drauf. Alter. Ey, das war so knapp, ne? Ein Push weiter. Ich glaube, ich soll aufhören. Unser Lack läuft langsam aus, hab ich das Gefühl. Ich glaube, das nächste Mal wird nicht mehr so. Das liegt nicht am Lack. Unsere Elo ist langsam zu hoch. Die Gegner sind zu krass.